so da sind wir wieder und wir spielen jetzt ellis zorn ja ghost stadium mal gucken ob ich das jetzt hinkriege also schnell genug müsste das auto auf jeden fall sein das hat er auch aber er die baller trotzdem wie kann denn dieser ende so schnell sein so in der beschleunigung schaffe ich es überkrasse karre alter also gut war ich noch nicht in dem rennen ganz ehrlich ein richtig 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 geiles auto wenn wir hier nicht was ganz dummes passiert würde ich das eigentlich problemlos schaffen aber man weiß ja nie richtig gut aus bis jetzt aber sind noch 15 km und eddie kommt von hinten ich sehe ihn doch schon auf der karte der hat er mich schon wieder aber es gibt autos die fahren noch schneller aber in der beschleunigung holt es hoffentlich wieder raus hat er dir jetzt einen guten vorteil das war mein fehler der hat er sich nicht zu tun aber es ist nicht so ganz gut aber es ist nicht so gut aber es ist nicht so gut der hat er sich nicht so gut ich weiß nicht so gut So ein Mist. Vielleicht bauen die ja noch einen Unfall da vorne. Das wird eng. So, jetzt können wir alles geben. Platz zwei. Oh, Platz eins. Ich bin gerade im Rausch. Ich geht gerade so schnell, ich kann nicht noch gucken. Oh, 2,6 Kilometer. Das Ding ballert so los. Uiuiuiuiuiui. Klippe knapp. Ich sehe den schon wieder von hinten. Aber 700 Meter noch. Noch mal noch reingeknallt. 500. Da ist das Ziel. Ja, geschafft, Alter. Mit dem Hotrock. Geschafft. Krasse Ding, Alter. Richtig gut. Sehr schön. Wow. So, Eddie, damit habe ich mir deinen Wagen gewonnen. Oder er spielt. Eigentlich. So, jetzt würde ich sagen, werde ich mir mal neu zu sein. Lassen wir uns das hier an. So, gut. Jetzt werde ich mir mal ein paar Designs angucken. Mal gucken, ob ich mal was Schönes finde. Und, ja. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, gucken wir uns im nächsten Video mal ein paar Designs an. Bis dann.